Was ist Dickdarm-Divertikulitis? Bei der Kolon-Divertikulitis handelt es sich um Reizungen, Entzündungen und Schwellungen von Gewebetaschen im Dickdarm. Die Beutel, die als Divertikel bezeichnet werden, entwickeln sich im Allgemeinen bei Menschen über 40 Jahren und verursachen normalerweise keine Gesundheitsprobleme. Die Vivertikulitis tritt typischerweise auf, wenn die Beutel mit Bakterien infiziert werden oder aufgrund von Überdruck oder inneren Verletzungen kollabieren. Die daraus resultierenden Symptome von Schmerzen, Fieber und Durchfall können sehr unangenehm werden. Die meisten Fälle von Divertikulitis im Dickdarm können mit oralen Antibiotika und speziellen Diätbeschränkungen durch einen Arzt behandelt werden. In seltenen Fällen kann eine Operation erforderlich sein, um Schäden an den Wänden des Dickdarms oder des umgebenden Gewebes zu reparieren. Die Ärzte verstehen nicht ganz genau, warum sich Divertikel im Dickdarm entwickeln. Man geht jedoch davon aus, dass sich Taschen bilden, wenn ein Teil der Darmwand geschwächt ist und Druck auslöst. Das Altern ist der wichtigste Risikofaktor, da die Muskeln, die den Dickdarm umgeben, mit der Zeit natürlich schwächer werden. Eine Infektion kann auftreten, wenn Fäkalien in den Divertikeln eingeschlossen werden oder wenn der Druck stark genug wird, um einen Bruch im Gewebe zu verursachen? In den meisten Fällen treten Symptome einer Dickdarm-Divertikulitis plötzlich auf. Eine Person kann einen starken Schmerz im Unterleib bemerken, der Übelkeit und Erbrechen hervorrufen kann. Chronische Blähungen, Durchfall oder Verstopfung können sich ebenfalls innerhalb weniger Stunden oder Tage entwickeln. Einige Menschen haben auch Fieber und Grippe-ähnliche Symptome von Gelenkschmerzen und Muskelschwäche. Es ist wichtig, einen Arzt oder eine Notaufnahme aufzusuchen, wenn Verdauungsprobleme, Schmerzen und Fieber chronisch werden. Ein Arzt kann auf Darm-Divertikulitis untersuchen, indem er die Lage und den Schweregrad der Bauchmuskelempfindlichkeit beurteilt, Blutuntersuchungen analysiert und bildgebende Untersuchungen des Dickdarms durchführt. Das Blut wird auf bestimmte Bakterien getestet, um das Vorhandensein einer Infektion zu bestätigen. Computertomographien und Ultraschalluntersuchungen sind häufig hilfreich, um die Vertikel zu identifizieren und das Ausmaß der Entzündung und Schwellung festzustellen. Nach Bestätigung einer Diagnose kann der Arzt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten detailliert erläutern. Den meisten Patienten mit leichten bis mittelschweren Symptomen werden Antibiotika verordnet und die Anweisung gegeben, sich etwa zwei Wochen lang ausruhen zu lassen. Trinkwasser und Sportgetränke können helfen, Dehydrierung aufgrund von Durchfall zu verhindern, und die Einnahme von rezeptfreien Schmerzmitteln kann die Symptome während der Genesung lindern. Sobald sich die Patienten besser fühlen, wird ihnen in der Regel empfohlen, die Ballaststoffmenge zu erhöhen, um einen weicheren, leichter passierenden Stuhlgang zu fördern. Bei schweren oder wiederkehrenden Problemen kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein, um die Symptome zu lindern und ernsthaften Komplikationen vorzubeugen. Bei einer Darmresektion wird ein beschädigter Abschnitt des Dickdarms entfernt und der gesunde untere und obere Abschnitt wieder verbunden. Wenn die Divertikulitis des Dickdarms den gesamten Dickdarm schädigt, muss sie möglicherweise vollständig entfernt und der Magen an einem künstlichen Beutel befestigt werden, um Abfall zu sammeln. Eine Operation kann riskant sein und erfordert von den Patienten signifikante Änderungen des Lebensstils. Sie ist jedoch möglicherweise die einzige Option, um eine vollständige Genesung nach einer schweren Divertikulitis des Dickdarms sicherzustellen.